Der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner wird im Rahmen der Gesprächsreihe Kai Wegner vor Ort am Mittwoch den 17. Juli von 19 bis 20.30 Uhr im Bezirksverordnetenversammlungssaal des Bezirksamtes Pankow mit Bürgern diskutieren. Themen wie Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Bildungspolitik stehen im Fokus der Veranstaltung, die von Senatsprecherin Christine Richter moderiert wird. Am Samstag, den 22. Juni, lädt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg in Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung zum BSR-Kietstag im Dardanellenweg in Mariendorf ein. Von 8 bis 13 Uhr können private Haushalte kostenfrei Sperrmüll, Elektrogeräte und Alltextilien entsorgen und gleichzeitig am Tausch- und Verschenkmarkt teilnehmen. Ergänzt wird das Angebot durch die mobile Stadtteilarbeit Mariendorf Ost und ein Reparaturcafé. Ende Mai 2024 wurde die Sanierung der Schönflieser Straße in Frohnau erfolgreich abgeschlossen, wobei Fahrbahn- und Seitenbereiche auf einer Länge von 450 Metern erneuert wurden. Zehn Bäume mussten gefällt werden, jedoch wurden 26 neue Linden angepflanzt, was die Straße jetzt noch grüner macht. Bezirksstadträtin Julia Schroth-Thiel freut sich über die gelungene Straßengestaltung und betont, die neue Straßengestaltung mit wasserdurchlässigen Pflasterungen fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und ergibt ein attraktives Gesamtbild. Die Grundschule im Moselviertel in Berlin-Weißensee hat einen neuen Erweiterungsbau bekommen, der am Donnerstag, den 20. Juni um 15.30 Uhr eingeweiht wird. Der zweistöckige Ergänzungsbau bietet Platz für 144 Schulkinder und wurde in nur einem Jahr errichtet. Das modulare Holzstahl-Hybridspeude wurde nachhaltig gebaut und soll die Kapazitätsprobleme der überbelegten Schule lösen. Gestern Abend ereignete sich in Wilhelmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 61-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straße mit einer 29-jährigen Motorradfahrerin kollidierte. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, während die Polizei die genauen Umstände des Unfalls untersucht. In Mitte wurde südlich des Stade Napoleon eine neue Grünanlage auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern geschaffen, wo einst ein Kiesumschlagplatz war. Ein zentrales Element dieser Anlage ist ein rund 900 Quadratmeter großer Teich, der noch keinen Namen hat. Alle Kinder und Jugendlichen aus Mitte sind dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. Für die, die den finalen Namen vorgeschlagen haben, wird es eine Überraschung geben. Die feierliche Eröffnung der Anlage und die Namenswahl für den Teich finden am 15. Juli statt, unterstützt von Bezirksstadtrat Christopher Schriener. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick lädt am Sonntag, den 30. Juni, um 16 Uhr zu einem Konzert der Big Band des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums in der Tabor-Kirche in Wilhelmshagen ein. Der Eintritt ist frei und es erwartet die Besucher ein musikalischer Genuss mit Zwingmusik aus den 30er und 40er Jahren. Vor dem Beginn des ersten Spiels der EM 2024 haben wir Alexander Tönnies, Landrat des Landkreises Oberhafel, zum Sicherheitskonzept der EM-Veranstaltung in Deutschland befragt. Tönnies war in der Stabstelle Sicherheit Weltmeisterschaft 2006 tätig. Haben Sie den Eindruck, dass bei dieser EM alles glatt gehen müsste, weil die Sicherheitsvorkehrungen so brillant sind? Da fehlt mir natürlich die unmittelbare Sicht nach drin, aber ich weiß, was da für Profis arbeiten. Und ich weiß, dass da Profis seit Jahren dran arbeiten, dass das sichere, aber auch fröhliche Fußballfestspiele werden. Und deshalb sage ich ja. Das heißt, die Polizei ist überall, wo es nötig ist und da ist sie auch, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Sie passt gut auf. Wir sind da gut behütet und nicht nur Polizei, sondern auch Bundeswehr und Sicherheitsdienste sind dabei. Da arbeitet ein wirklich großes Getriebe auch im Hintergrund und da sind ganz viele Profis bei und die machen das richtig gut. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel bedeckt bei einer Tiefstemperatur von 13 Grad. Am Samstag ist der Himmel bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 17 Grad. Der Sonntag zeigt sich vereinzelt bewölkt bei einer Höchsttemperatur von 23 Grad. Das war aus Berlin für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.